Aha. So, so. Gut, dann bringe ich das kurz weg. Einmal nach Pamela. Lasst mich bitte in Ruhe. Auf euch habe ich keinen Bock. Dann bringe ich das einmal kurz weg. So, die Puppe habe ich am Start. Und die Jagdklinge habe ich am Start. Was kriege ich denn dafür? Okay. Das ist schlechter als meins. Kehrt zu Karl in Rot, fahrt am Turm der Kronenwache in den östlichen Pestländern zurück. Was ist denn nochmal hier draußen? Warte mal, da ist doch eine Kiste gewesen. Kann ich da jetzt ran? Nee, immer noch nicht. Ich glaube, da muss ich nochmal hier hin. Da werde ich nochmal... Es gibt Geister-Eichnörnchen. Ja, anscheinend. Okay, ich muss wieder zum Dingsbums-Karawanenwagen. Aber ich gehe erstmal kurz den Kopf von dem einen Typen da holen. So. Mal quer durch den Landschaftspark hier. Uh, ist das Sonnengras? Nee, Katka ist Schnurrbart. Aber da ist Sonnengras. Was ich natürlich mitnehme, ne? Eichhörnchen sind deine Lieblingstiere. Die sollen keine Geister sein. Oh, Eichhörnchen sind süß, ne? Och, Mann, nur ruhig. Jawoll. Eichhörnchen sind wirklich süß. Also die finde ich auch total putzig. Da ist auch noch Katkas Schnurrbart. Und hier ist ein Sonnengräschen. Und da drüben muss ich hin. Uh, ich glaube... Das habe ich noch nicht. Warte. Ach, das ist nur grau. Das ist ja doof. Aber ich sammle das erstmal. Na, scheiß drauf. Hoffentlich geht mir das Tier nicht direkt kaputt hier. Ja. Ja. Uh, jetzt darf ich... Äh, ja. Wunderbar. Jetzt bitte einmal fangen. Direkt fangen, bitte. Ah. Nochmal fangen. Ah, shit. Mist, die Kack. Ah. 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 Dann muss ich gucken, ob ich da noch mal ein neues Dreh finde. Die Spinne habe ich eh schon. Die brauche ich nicht mehr. Brauche ich nicht mehr. Ja, jut. Dann latschen wir mal kurz an den Jungs hier vorbei. Ich muss da runter, ne? Oder? Ich schleiche mich mal eben hier vorbei und hoffe, dass die... Ja, Mama. Mama kaputt bei den Jungen. Ja. 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 Okay, den Kopf habe ich schon mal. Oh. Hallo. Da stand ja noch einer auf der Treppe drauf. Den habe ich auch ganz übersehen. So, wo war jetzt nochmal das Pflänzchen? Hier war doch irgendwo ein Pflänzchen, oder? Da. Der wird mich wahrscheinlich eh sehen, wenn ich die jetzt hier pflücke. Heißt, ich kann jetzt wieder zurück. Okay. I'm coming. Ist da? Ist da... Ah, ist... Ne, ist ein Fledermaus gewesen. Die brauche ich ja nicht mehr. Aber so ein verseuchtes Reh wäre gar nicht übel als Haustier. Was ist das? Ich finde gleich eh noch genug Zeug. Ist das eine Ratte? Eine Made? Eine madige Ratte. Oh, er fliegt dann hier rum. Ein Schmetterling. Ein wunderschöner Schmetterling. Wie kann ich euch helfen? So, den Kopf habe ich dabei. Vorwärts zum Sieg. Ihr sucht doch etwas. Was ist es? Und du darfst einmal das haben, das haben, das haben, das haben und das haben. Und die Klinge brauche ich gleich noch. Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Aber hiervon kann ich welche machen. Und hiervon kann ich was machen. Von den anderen noch nicht, ne? Ne, da brauche ich erst noch mehr. Ähm, 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 hier drinnen. Seid gegrüßt. Genau, die Jagdklinge einmal zu ihm. Bringt Josefs Jagdklinge zu Krom. Seid vorsichtig. Warte mal, da oben war doch auch noch was, ne? Ich glaube, ich muss noch mal hoch. Wenn nicht, dann fliege ich mit dem Fallschirm wieder runter. Mh, 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 mh. Ja, genau. Er hat auch noch ein Fragezeichen. Hallo. Verseuchte Straßen. Alles klar. Schlechter. Schlechter. 63,84. Dann nehmen wir das und verkaufen dies. Ich laufe jetzt hier wieder runter, weil... Ich glaube, ich bin doch schneller im Runterlaufen als im... Runterfliegen. So, Chromi, wo bist du? Chromi-Leinchen. Da. Hm, haben wir das nicht schon einmal gemacht? Was denn? Uns unterhalten? Ja. Bösewichte von Darohaim. Bringt den Schädel von Horgos und das zertrümmerte Schwert. So sieht man sich wieder. Helden von Darohaim erhaltet die erweiterten Annalen. Mhm. Und Maru-Dürkern. Haben wir das nicht schon einmal gemacht? Ja, haben wir. Kind. Und von Urk kriege ich noch... Sprecht mit Rain. Nahe des Eingangs zum Fungustal. So, wo muss ich denn hin? Das ist dort. Wir gehen aber erst mal... ...dort unten hin. Moment mal. Ach, da ist ja noch eine Quest von Fiona. So, noch mal kurz ein bisschen Eistee einschütteln. Die Jute libt da ein Eistee. Ich hab jetzt... Hm. Hä? Steigt auf Jonas Karawanenwagen, wenn ihr bereit seid, um zunächst einen Turm aufzubrechen. Was? Kein Trinkgeld? Ne. Kannst dir eine... Kannst dir eine Mütze schmieren. Ähm... Moment mal eben. Ich muss mal eben kurz neues Gift aufladen. So, wo gehen wir denn jetzt zuerst mal hin? Ich glaube, ich gehe erst mal kurz hier runter und dann gehen wir nämlich da hinten hoch. Lass mal eben gucken. Was ist das? Infiziertes Eichhörnchen, infiziertes Rehkitz. Die können wir uns gleich noch greifen. Die Haustiere. Da, haben wir doch was. Da ist das Schwert schon mal von Marduk. Schädel von Horgus. Der ist dann da oben. Also, das ist eine Eitermade. Ich guck mal, hier ist noch so ein infiziertes Ding. Och Mann, das ist auch schon wieder grau. Ja gut, dann machen wir das mal eben so. Ich möchte aber gerne ein Rehkitz haben. Auch wenn das grau ist. Kann ich das jetzt schon? Nein, kann ich noch nicht. Na ja, scheiße. Dann bitte das. Jetzt fang mal bitte das Kitz. Schwupps. Dankeschön. Und dann kannst du direkt mal die Kakerlacke da fertig machen. So. Bam. Perfekt. Ich hab ein Rehkitz gewonnen. Den kann ich mitnehmen. Jetzt kann ich noch das Sonnengras da hinten mitnehmen. Und dann kann ich... Eigentlich, wenn ich schon mal hier bin, eben... mit Rain sprechen. Der steht doch hier oben. Dann mach ich das andere am Rückweg. Da muss ich doch da oben auch hin, ne? Hier, in den Kreisel da. Da muss ich doch irgendwas holen. Wo steht denn die? Ja, genau. Er heilt das Kontrollruhnen von den dunklen Kultisten. Und mitten im Tod pflanzt Rains Samenkörner in den Zentren der drei Ziggurats im Fungisteil. Ja, komm mal, dann machen wir das mal eben schnell, wenn wir schon mal hier sind. Das geht ja flottig, Karotti. Können wir eben gucken, was ist mit denen hier. Ach so, ja, genau. Ich brauche erstmal die Kontrollruhnen. Kontrollruhnen von den dunklen... Wenn ich die von denen hier kriege. Jo. So, eine Kontrollruhne habe ich schon mal. Britzel, Britzel, Brutzel.